Herzlich Willkommen zurück, hier bei Yu-Gi-Oh! Deppro! Mein Name ist Lurka, und an meiner Seite ist derjenige, der sich mal vorstellen darf. Jo, ich bin der Infernity, und ich würde sagen, wir beginnen einfach mal das Duell, oder? Ja, let's rock, und let's troll! Ach komm! Alles gut bei dir? Ich lebe noch, das langt! Hallo! Ey! Nein! Ha! Knutzt! So. Jetzt hörte ich mir angewöhnt, hier mal ein Musical anzuschmeißen. Das wird sonst immer zu üde. Jo, würde ich mal empfehlen. Einstellungen gibt es ja auch Musik, aber mach es ein bisschen leiser, dass man noch die Stimme von uns beiden hört. Stimme? Uns? Man muss uns nicht hören. Wir existieren nur. Man erduldet uns auf dieser Welt. Das langt. Und die Musik ist so laut. Ich bin so laut? Nein, die Musik! Leute, es kann sein, dass ich mich hier ein bisschen langsam ran wage, denn ich spiele heute mal mit dem Gamepad. Ich habe noch ein bisschen was rumgefriemelt. Es kann sein, dass da so gewisse Aktionen... ... ähm, brauchen. Ja, ähm... Ich werde das mal mal zu. Ich verfolge eine gewisse Strategie. Dementsprechend... ... ähm... ... werde ich mich jetzt ein bisschen auf eine Combo versteifen und konzentrieren. Einfach, damit ich... ... die hoffene Spiegel kann. Sag mal, was soll denn das? Du darfst eine Karte abwerfen. Finde ich erst nicht so schön. Du hast einen Karte gezogen, also du darfst auch wieder einen abwerfen. Klingt doch fair, oder? Ja, aber ich hätte gerne alle meine Karten behalten, weil... ... ich meine, das sind meine Karten. Nein. Meins, 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 meins. Bloß nicht. Äh... Oh, ich habe da jetzt gerade die Qual der Wahl. Ach komm, hier liegt verpflichtet, oder was? Das Licht ist scheiße! Du kennst das Deck inzwischen. Scheiße auf das Licht! Die Finsternis regiert. Und warum spielst du dann ein Wasser-Deck? Weil die Finsternis in mir drin ist, weißt du? Ich bin Nightshorn, ich bin, äh, der Herr des Schattens. Ah, das klingt einleuchtend. Ich brauche Karten. So. Eins halt war ich nicht, ich hatte nur drei Handkarten, du hast sechs. Na und? Das ist nicht fair! Kauf dir welche bei Ebay! Kosten nur 2,50. Ich dachte, wir spielen Dashboard, ich dachte, das wäre kostenlos. Ne, weißt du, bald kommen ja auch Mikrotransaktionen, dann musst du dir welche kaufen, weißt du? Okay. Dreier Kartenpack für, für 94. Komm, greif Reiden an. Ja, ist klar. Wäre ja sein können. Und, ja, wollen wir mal gucken, wie das jetzt so weiterlaufen wird. Spass ruhig noch deine ganzen Karten auf den Friedhof. Da handelt dein Deck wie Müll. Ja, eben. Und dann recycle ich, guck doch mal her. Du, du weißt, wie das in, äh, Yu-Gi-Oh, äh, GX gehandelt ist, wenn man seine Karten wie Dreck und Müll behandelt? Äh, war das nicht Jazz oder so? Ja auch, aber ich meine eher, dass die dann halt mit der, mit der, mit der Finsternis infiziert werden und so und dann die Dunkelheit regiert und so. Okay. Ja. Und warum kann ich jetzt den einen Effekt nicht benutzen? Das ist jetzt aber dumm gelaufen. Weil, wegen, ist so. Ich kann Blaster nicht rufen. Oh mein Gott. Ach so, genau. Bestimmt der Effekt von meinem, äh, jetzt hab ich den Namen wieder vergessen. Swag-Mode. Und, ich glaub, du bist dran. Ähm, du brauchst ja deine, deine Karte. Du kannst die nur nicht wegschmeißen. Hm. Ui, jetzt kommst du. Äh, mit dem ist gern diese Karte. Warum kommt mir die ein bisschen komisch vor? Wieso? Sie ist blau. Sie, sie ist, sie ist blau. So. Ja. So, ich schau mal hier kurz meine Combo raus, ne? Mhm. Wenn sie gestatten, der Herr. Ja. Nö, du bist blöd zum Klicken. Äh, stopp. Was? Du spielst ja mit dem Gamepad. Ja, da, ich brauch, äh, Eingewinnungszeit. Ah. Ähm, ich mag den Effekt von deinem, ähm, Insektor nicht. Schön, aber ich krieg den Effekt trotzdem, wenn du meinen vernichtest. Na, du kriegst den Effekt von Quasa, aber nicht von deinem Insektor. Was ist denn Insekt? Ja, pff. Wer braucht denn seinen Effekt? Du wirst doch merken, was der Unterschied ist, glaub mir. Na, komm mal vorbei. Danke. So. Eins. Zwei Empfänger. Mist. Ja, ich würde sagen, ich klopfe mal eben an. Na, komm hier. So. Autsch. Freue dich an was. Autsch. Autsch. 3000? Nur? Der liegt immer noch. Na, gleich hat er noch mehr Live, ne? Äh, Angriff. Genau. Und nicht nur das, ich recycle auch noch gerne. Besonders nicht bei der Müllmann-Abfuhr, äh, ja genau. Bei der Müllmann-Abfuhr. Müllmänner müssen aussortiert werden. Ach, genau. Verbrauch doch heute schon Müllmänner. Okay, das war jetzt sehr, sehr klug von dir. Was soll ich denn sonst machen? Doch mal angreifen kann ich nicht. Äh, Nebeltal-Soldat, hast du seinen Effekt durchgelesen? Ach, komm, ich bin verwirrt. Das merkt man. Ähm. Das ist jetzt ein bisschen dunkel laufen für mich. Wieso, für mich ist das dunkel laufen? So. Weil ich den Effekt bei eigenen Karten vergeige. Danke. Das auch. Und, ich würde mal sagen, wir haben eine Reaktion von dir. Ja. Ah, das war jetzt aber gemeint von dir. Ich weiß. Hallo, stirbt Schuppendrache. Naja. Und, ich recycle nochmal. Alter, du bist lieber der Müllerfuhr. Gib's auf. Ach, irgendwie schon. Und. Ach, weißt du was, ich mach's einfach so. Weißt du was hier? Das war sehr klug von dir. Du kannst dir jetzt trotzdem schaden. Ja. Mein Fehler bleibt trotzdem existent. So, was mach ich denn jetzt mit dir? Ich weiß nicht. Ach, muss das jetzt sein. Äh, ja. Ah, ist doch weh. Ja. Ach komm. Ah, shit happens. Naja. Hey, dein Dings bekommt nicht mehr zurück. Sternschnuppendrache. Ich dachte, er kann durch sein Effekt zurückkehren. Ne, das war nur der normale. Aber eh hier nicht. Ja, sein Effekt besagt. Ja, wenn ein Monster da ist gehen, das dann Angriff declariert. Du kannst angreifenden Monster wählen, verbanne diese Karte und falls du dies tust, annulliere den Angriff. Während der nächsten Endphase beschwöre diese durch diesen Effekt verbannte Karte als Spezialbeschwörung. Die nächste Endphase, ja. Meint der jetzt damit meine oder deine oder egal welche? Doch, wenn ich jetzt nochmal eine Endphase hätte, müsste sie dann wiederkommen, glaube ich. Naja, gut gespielt. Oh, bitte kein Kampf aus Splendor. Äh. Ähm. Das ist ja fast genauso schlimm. Ähm. Dein Monster kennt nicht mehr wieder. Schade. Ach, weißt du was? Mh. Ja, das mach ich mal. Und zwar um den da zu beschützen. Drei, ey. Immer noch. Über drei, Alter. Nein, ich übertreibe nicht. Doch. Nein. Ähm. Komm her, du Sau. Gehst du deine Strategie wieder von vorne? Ah, alter Knopf. Verdammt, das geht nicht. Nein. Ich wollte... Warum kann ich die nicht? Ach, kotzt die Wand voll. Uuuuh. So, und jetzt nur mal im Sound sicher zu gehen. Uuuuuh. Und... Ja. Ich hoffe, dass du jetzt halt nicht mehr eben was machen kannst. Groß. Vier, sechs. Ernsthaft? Ja. Ich hatte gerade irgendwie reingekriegt noch. Ja, äh. Das Einzige, was ich nicht zu sagen habe, ist... HASHCOOKIES! Tschüß! Und Ende.